So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal einen kleinen Vlog oder so. Das andere kommt nachher und ja, genau. Es ist jetzt auch schon halb eins. Ich habe heute ein bisschen verpennt, würde ich mal so behaupten. Und ja, mal schauen, was heute noch so alles geht. Ich muss jetzt erstmal mein Zimmer aufräumen. Da flacken ganze Klamotten, mein Bett muss ich machen. So, mal ein bisschen aufräumen noch. Alter, ohne Witz habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und ja, ich würde sagen, hau einfach mal rein. Ich weiß gar nicht, hört ihr das im Hintergrund? Die Musik, Leute, die Musik, die ist fünf Kilometer weit weg von mir. Ohne Scheiß, vielleicht gehen wir da nachher auch noch hin. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, wann der Sandro kommt. Dann können wir da noch hinfahren vielleicht. Mal schauen, was da so abgeht. So, Leute, wie es sich gehört, schaut es euch an. Ja, zehn vor drei. Sandro ist immer noch nicht da, scheißegal. Ich gehe jetzt mal raus, warte draußen auf ihn, mache ein paar Aufnahmen. Ich würde sagen, einfach mal, let's go. Shbooks. Anderra. Wie wäre da Leah? Wer hat auch sag Hallo? Aber diese ist ja, ich würde mich fiulative Themen im Hintergrund. Das war ja, ihr 아니 constant in ich als Fußballer Franks ist eine bestimmte Zeitreise Perlautung. Funας hat es euch mit dir gefallen. Und dann weiß ich wirklich warum diesegiäne individuellen haben. So Leute, der Sandro ist jetzt endlich mal da, eineinhalb Stunden später, es ist schon halb vier und jetzt fahren wir mal da hintere, mal schauen was da so abgeht, genau, let's go! Willst du was dazu sagen? Schaut die Kamera aus, wenn es feels right! Klick, klick! Wenn es feels right! Hey, was geht denn bei dem Schiff rechts von links, mein Freund? So und! Ja, leck! Perfekt! Perfekt! Mit der geilen Maske! Alter, was macht die, Alter? Alter, das war YouTube! Oh mein Gott! Alter, Mann! Die machen dann so zwei geile Bilder, Alter! Die haut ihren Arsch hin, Mann! Das ist echt super! So Leute, wir waren jetzt auf dem Umzug. Ihr habt ja gesehen, was da abging, die eine war auf jeden Fall am besten, wo sie sich da vor das Auto gestellt hat. Und jetzt fahren wir noch an den chilligen Platz, schaffeln da noch die Runde, machen da ein paar Aufnahmen für ein neues Schaffel-Video. Und genau, da fahren wir jetzt hin. So Leute, wir sind jetzt hier im Zimmer, sind wieder daheim von allem, haben ein paar Schaffel-Videos aufgenommen und so. Und genau, wir zocken jetzt... Wie? Wie? 16 von 17! Leute, wir zocken jetzt gerade. Hier mit dem Lenkrad. Einfach mal... Ich mach nochmal, okay? Playstation, ja. Sandro macht jetzt hier geiles Scannen, würde ich sagen. Also, auf jeden Fall mal, so als kleiner Tipp, es macht schon echt Spaß mit so einem Lenkrad. Das ist echt so. Da unten haben wir noch hier Pedale. Es spießt zwar der größte Scheiß, aber... Das ist irgendwie witzig. Irgendwie ist es dann witzig. Wir wissen halt nicht, was wir tun sollen. Und jetzt haben wir so unsere Zeit vertrieben. Bisher. Ja. Ja, hey. Ja, hey. Aber bist genauso hässlich geschminkt wie die anderen alle. Ich sah viel geiler aus heute schon. Ja. Ja. Das denk ich ja auch nur du. Ich sah heute schon viel geiler aus. Zeig. Zeig. Zeig mal deine rote Backe. Geh mal so nach links. Das war mir erst. Haha. Schau dir an, wie heute schon aussah. Ich war als Putzfrau heute schon. Mit einer pinken Verrücke, ja. Hier, schau. Boah, das ist ja super. Die sieht richtig geil aus. Zeig. Das ist meine Schwester, Leute. Heilige Scheiße. Ich hab mich locker voll viele gesehen, ey. Voll feinlich. Also Leute, das Sandro geht jetzt ab, Alter. Entschuldige, verpiss dich. Es regnet. Hast du Musik gehört, Daniel? Ja. Ja. Dieses Mal in Drift. Hey, Jungs. Runterschalten. Die kleine Maschine, der letzte. Alter, das ist ja voll wutschig. Du sollst... So überholt man auch total, ey. Hallo, schlepp gerade. Alter, shit. Jetzt kommt noch eine gerade. Die Strecke ist ja gigantisch. Krank. Mit der 16. Oh. Da zieht sie sich weg. Ja, jetzt wisst ihr was. Ziel. Und? Sechzehnter. Da bin ich gut. Was sagst du dazu? Was jetzt sag? Was jetzt sag? Halt einmal. Halt jetzt alle euer Maul. Wird gar nicht so blöd lachen jetzt, wenn ihr das gesehen habt. Das ist voll schwer, okay? Mein Gott. Also Jungs. Und Mädels. Liebe Zuschauer. Jetzt ist der richtige Rennfahrer am Stiesel. Der Dani. Höchstpersönlich. Ja, ja. Geht's übelst ab. Mit einem fetten Lambo. Mal schauen, ob er was reißt. Das fühlt sich an, als hätte einen Platten. Der ist genauso scheiße wie ich bestimmt. Schau. 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 Links unten. Da ist so ein roter Kreis. Am linken. Also der zieht voll nach rechts. Also Jungs, wir haben jetzt schon einen Platten. Dani ist noch schlechter als ich. Nein, Spaß. Oh, da ist eine Box. Ja, weil wir haben jetzt im Reifen und Benzinverschleiß einfach mal eingestellt. Und der Dani hat jetzt schon verkackt, was das betrifft. Ja, ich schau dir auf die Kamera zu. Macht Aufpass. Mei, bist ja schlecht. Das hört sich besser. Aber die Strecke ist auch geil, oder? Die taugt dir mal voll. Ja. Biss ja dauerhaft, nur Vollgas unterwegs. Das war's schon wieder. Juhu. Jetzt, dead face. Dead face. Dead face. Verkackt. Der war echt scheiße. So wie ich natürlich. Ja, bestimmt der zum Pick geworden, Alter. So, Jungs und Mädels, das war's mit unserem spannenden Vlog-Tag. Ähm. Genau. Hat relativ Spaß gemacht, was wir eigentlich gemacht haben. Zwar nicht viel. War auch viel Blödsinn dabei. Wissen. Genau. Aber das war's dann. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video dann auf jeden Fall schon mal. Haut rein. pollt scientists Jerome Todd und ciao. Bye pyro. Bye. Bye, bye. 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 Bye.